Hallo, ich bin Bernd das Brot und ich bin dein Sonderberater für gegen Langeweile. Irgendjemand sollte das bitte mal korrigieren, danke. Ich als großer Freund der gepflegten Langeweile gebe dir heute einen weiteren Tipp. Freu dich. Ja, freu dich einfach drüber. Immer ist was. Dauernd muss man was. Aber jetzt, jetzt ist nix. Du musst nichts. Genieße es. Denn bestimmt wirst du bald wieder irgendwas müssen. Mist.